Es kommt Funkelsterne und einen leichten Damenbart. Ne, ein Sackchen. Perfekt. Und wunderschön. Niemals gedacht, dass jemand so schön sein könnte. Ja, okay, geh. Nehme ich mal hier. Ah, nice. Ah, ich hatte es los. Benutzt euch auch gern. Ja, ganz schlaue Idee von euch. Oh, das ist ein Audio-Log. Day 2. So hungry. I've searched for food, but the only thing I've found are other people's annoying useless Audio-Logs. Why did they bother when they clearly were in terrible danger? Each Audio-Log I find is more irrelevant and boring than the last. I must keep looking for a way to survive. Ah. Äh, oh, was ist das? Ich erreiche den von da nicht. Oh, ich habe es nicht. Okay. Hier kann ich nichts benutzen. Kann ich vielleicht das... Ah ja, ich muss hier ein Storm in ein paar Mal noch benutzen. Das bringt mit irgendwas. Ach, natürlich. Da hoch. Dann. Außerhalb der Reichweite. Dann kann ich mich hier hin porten. Dann kann ich noch mal ein bisschen noch viel drauf. So. Mu mu. Wenn deine Waffe blinkt, oder drücke um anzugreifen oder um zu feuern. Alter, 100 Schaden. Füge 7 Rüstungen zu und Schwäche für ein Alter. Das ist geil. Ich habe das Gefühl, dass ich meinen Pfallenbogen wieder haben will. Ich mag dieses Feuer-Dings. Ähm... So. Das finde ich auch wunderschön. Hey, ein Audio-Log. Ich glaube, die Audio-Logs sind Fehler. Ich bin mir nicht sicher wieso. WTF, da steht Fehler 404. Ja... Pfff. Das Mülleimer. Ernsthaft. Das Alien-Technologie. Ernsthaft, das war anders. Oh, du weißt, dass ich das jetzt die ganze Zeit mache. Was? Was soll ich tun? Ich soll auf A drücken? Ich habe nicht richtig... Ich glaube, ich soll auf A drücken. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was er von mir verlangt. Ich drücke lieber noch mal A. Ah! 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 Ich bin mir ganz sicher, dass er von mir will, dass ich A drücke. Ah! 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 Ja, hoffentlich funktioniert das. Das würde mich freuen. Die Glocke ist da rüber. Das ist los. So, dann gehe ich da einfach wieder runter. Ich gehe einfach wieder runter. Und so, ah, ich sehe schon, was ich tun muss. Dafür muss ich erstmal wieder die richtige Taste finden. Oder auch nicht. Da bleibe ich nicht ran. Zu weit weg. Ach, da ist noch eine Konsole. Es ist nur noch einer, okay. Ich würde ihn betäuben, so ein Feuer. Alter, Schaden. Der Schaden ist geil vom Bogen. Okay. Sie wollen durch den Gang gehen. Was? Was? Oh, okay. Was? Nein, ich gucke das nicht hin. Das ist mir zu schwierig. Ah, schon besser. Okay, that one doesn't work either. Head back towards the elevator. Ah, ah, ah. Why? Why? No! Alter, dieses Geräusch. Dieses Geräusch auch immer. Das ist voll abartig. Das ist voll abartig. Genre! Aliens hate Elektrizität. Mh. Fücber verhecken ein Griff von 15 Schabtscheiden. Alter, nice. Ich glaube, ich darf oder? Ich will da rüber. Oh, so. Alter, Aliens haben irgendwas mit ihren Arschlöchern. 7, 7, 6. Habe ich denn einen Stift und einen Zettel? Ich weiß, der Code ist sehr einfach und das kann man sich auch so merken, aber zur Sicherheit. 7, 7, 6. War es 7, 7, 6? Ich glaube. Ich kann es nicht noch mal hören. Ok, dann hoffe ich, dass es 7, 7, 6 ist. Na, ich habe es ja aufgenommen. Das ist so ein Vorteil an Aufnahmen. Er hat alles dokumentiert. Ja. Ah, das macht weiter Stunnen. Ah, fuck. Nur der eine ist gestunnt. Ok. Ich fange mit dem Meucheln auf der Hinteren an. Und dann mache ich mit dem Bogen den hier kaputt. Ah, der wurde geheilt. Oh, fuck. Ok, damit habe ich nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht zu sein. Au. Aua. Das war knapp. Das Alien war echt nicht zu schwach. Ich hatte immer etwas Geschadtes dabei. Fick dich, Alien. Du hältst 1 mp, wenn du Schaden blockst. Ok. Jetzt hab ich das Alien-Set. keine lustige spielchen mehr schade ich finde es cool wenn es einen set bonus gäbe wenn man einen saturday night feeling all right feeling okay achso ist randy jetzt hier noch drin okay use this panel here and we can all go home ich habe leider falsch gemacht ach sorry Es ist echt nicht so einfach. Okay, ich glaube wir haben alle Brüche. Okay, ich glaube wir haben alle Brüche.